Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in unserer Web-Application-Security-Reihe. In diesem Video schauen wir uns eine Passwort-Reset-Funktionalität ein, die etwas unsicher programmiert ist. Und unser Ziel ist es, den Account des Users Carlos zu übernehmen. Kurzer Disclaimer, die in diesem Video gezeigten Techniken dürfen nur auf eigenen Systemen oder mittels einer expliziten Erlaubnis getestet werden. Und in diesem Video werden wir diese Schaustelle auch anhand eines Systems testen, wo wir auch explizit die Erlaubnis haben, dies zu testen. Ich habe hier Burp schon mal gestartet, ich habe auch schon die Lab gestartet. Die Lab ist wieder aus Podzwigger und ich habe den Link wieder unter die Videobeschreibung gepackt. Es ist wieder so ein Blog. Wir haben auch schon User-Accounts, wie aus der Beschreibung herauskam, und zwar mit Wiener Peter. Als Wiener Peter können wir uns da einloggen. Und die Schwachstelle ist ja in der Passwort-Vergessen-Funktionalität und die schauen wir uns mal genauer an. Ich versuche mal das Passwort für den Benutzer Wiener zu resetten, was ja ganz normal funktionieren sollte. Da geben wir den Wiener rein, gehen zum Exploit-Server, wo auch unser E-Mail-Client ist. Und hier haben wir eben diesen Link bekommen, über den wir unseren Passwort zurücksetzen können. Ich setze ihn mal jetzt auf test123 und submitte das. Wenn ich jetzt auf my account gehe, kann ich mich mit Wiener und test123 einloggen. Ich logge mich mal aus und jetzt schauen wir uns mal an, was hier genau passiert ist. Hier haben wir einmal diesen Post-Request zu forget-passwort, wo ein Username drin ist. Den schicke ich mal zum Repeater. Irgendwann später haben wir nochmal hier einen Get-Request, wo eben dieser Token ist, der eben uns per E-Mail übermittelt wurde. Und den schicke ich auch mal zum Repeater. Dann mache ich das mal ein bisschen größer. Und wir sehen hier, es ist ein Post-Request, also wenn ich ein Passwort-Reset initiiere, es ist einfach ein Post-Request auf diesen Endpoint mit dem Username als Parameter. Jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn wir extra Header hinzufügen. Und ich schaue mir jetzt hier mal den x-forwarded-host-header an und kopiere da mal den Host-Namen unseres Exploit-Servers. Gehen wir hier mal zum Exploit-Server. Hier haben wir den Host-Namen, den kopieren wir uns raus und pasten den mal rein. Der x-forwarded-host-header wird in Zusammenhang mit Proxys verwendet. Und zwar ist es so, wenn Proxys-Request weiterleiten, dann kann es sein, dass eben hier dieser Host-Header anders ist. Und dieser x-forwarded-host-header gibt eben an, für welchen Host der Request eben weitergeleitet wurde. Wir haben ja schon in unserem Immerklein gesehen, dass eben diese URL sich zusammensetzt mit einem Host, einem Pfad und dann eben dieser Token. Und wenn wir eine Applikation haben, die das unsicher verarbeitet, kann es eben sein, dass die Applikation nicht den originalen Host-Header verwendet, sondern den x-forwarded-host-header und konstruiert dadurch die URL. Dadurch würde jetzt ein Benutzer, der diesen Passwort-Reset-Lit bekommt, auf unseren Exploit-Server weitergeleitet werden. Und dadurch hätten wir dann Zugriff auf diesen Passwort-Reset-Token, den wir dann verwenden können, um das Passwort des Benutzers zurückzusetzen. Jetzt sende ich mal den Request mit dem x-forwarded-host-header, gehe mal hier auf unsere E-Mail-Adresse, auf unsere E-Mail-Cline, und sehen hier haben wir eine neue E-Mail bekommen, wo eben als Host-Name tatsächlich unser Exploit-Server verwenden wird. Und wenn wir jetzt in den Links klicken, dann sieht der Benutzer halt das hier. Aber wir als Angreifer, wenn wir jetzt zum Exploit-Server gehen, in die Access-Logs, ganz nach unten scrollen, sehen wir hier, dass wir tatsächlich den Token haben. Den Token können wir dann verwenden, um das Passwort des Benutzers zurückzusetzen. Jetzt ändern wir das mal auf Carlos und hoffen, dass Carlos eben auf diesen Link dann klickt. Und gehen dann wieder auf unseren Exploit-Server, laden die Seite neu, haben hier ein Request von einer internen IP-Adresse, die eben Carlos sein sollte, und haben hier seinen Token. Den kopiere ich mir raus, und dann suchen wir uns einen Request, wo unser Passwort verändert wurde, und es war eben dieser Request, den schicke ich mal zum Repeater. Und jetzt müssen wir nur noch die Tokens ändern, und setze das Passwort mal auf Passwort. Müssen natürlich beide richtig sein. Und sende das mal weiter. Wir werden weitergeleitet, das ist schon mal gut. Gehen wir mal hier auf die Applikation, auf My Account, und versuchen wir uns als Carlos mit dem Passwort Password einzuloggen. Und wie wir sehen, sind wir als Carlos eingeloggt. Und die Schwachstelle ist hier eben an diesem X-Forward Host-Header. Die Applikation sollte eben nicht blind diesem Header vertrauen, weil der könnte auch vom Angreifer versendet worden sein. Und wenn es Opfer, dann eben auf diesen Link klickt, können wir den Token dann übernehmen und eben sein Passwort dann zurücksetzen. Aber auch해주세요. und Potenzial Ap hinauss aan Auf built Aus Ab